So, ganz herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play Among Us Leap für die Nintendo Switch. Ich nehme jetzt gerade noch ganz schnell am Morgen auf hier, ihr Lieben. Ich hoffe, dass es okay für euch. Ich denke mal schon, ihr Lieben. Also, los geht's mit guter Grafik und ja, los geht's. Ich habe einfach so Bock drauf. Oh Gott. Oh Gott. Das geht mir aber sonst gut. So. Wir sind ja hier stehen geblieben, genau. Oh, ist das schön hier. Na ja, das Robby echt gut. Das Robby echt. Ja, das muss es sein, genau. Sehr schön. Oh shit, das geht nicht. Doch, es geht wieder alles gut. Geht wieder alles. Ist alles in Ordnung geliebt, genau. Ich glaube, ich werde auch ein bisschen weniger längere Parts machen vom Spiel. Ich habe mir überlegt, ob ich jetzt erstmal diese Stunde machen werde. Außerdem habe ich keine Zeit mehr. Und ich glaube, beim nächsten Video werde ich mal wieder auf so 20 Minuten reduzieren, ungefähr. Also weniger auch. Genau, also ich will darauf achten, bis wir jetzt zu machen. Weil ich glaube, das Spiel ist fast, also die Hälfte gespielt wurden jetzt gleich von mir. Und deswegen, ich möchte halt so lange wie Muri auf meinem Kanal haben, dass es halt nicht so schnell endet, weil ich liebe das Spiel so sehr. Und deswegen, ich möchte einfach nicht, dass das Spiel so schnell endet, dass ich halt traurig bin. Weil das Spiel ist einfach nicht fantastisch und das kann schon noch ein bisschen bei meinem Kanal bleiben. Vielleicht ist es dann fast fertig, wenn Super Mario Maker 2 kommt, also nächste Woche Freitag. Genau, nächste Woche Freitag. Also wäre gut und ja, ich würde mich wirklich freuen, wenn das Spiel bis dahin hält. Aber wir sehen mal, ob es so ungefähr auch bleibt. Ich habe übrigens auch noch einen zweiten Mann vor, tatsächlich genau. Also wie kommen wir jetzt hier weiter? Ich weiß gar nicht, ihr Lieben. Ach, hier ein Schlüssel. Ah, okay, oder? Die doch nicht. Das wäre Schlüssel. Ne, doch ein Schlüssel. Ist ja geil, Lieben. Oh nein, ich bin runtergefallen, oder? Ja, shit. Ne, ich war, es war noch am Ende, es war so, noch knapp. Wie ich sehe, war es noch ganz knapp, oder geht sie weiter? Ich weiß nicht, egal. Oh Gott. Sehr schön, was gibt es denn eigentlich hier? Also ich glaube, hier war ich noch nicht. Deswegen könnten wir auch hier weiterkommen, weil ich glaube, hier war ich noch nicht. Und ich glaube, ich werde sogar auch... Oh scheiße. Oh oh. Oh nein. Hallo. Mein Gott. Hilfe. Oh Gott. 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 Also ich glaube, dass wir noch noch als Plane, eventuell, ich weiß noch nicht ganz genau, ihr Lieben. Ich glaube, am 23. Und dieses Crash-Cart-Team-Werste raus. Ach egal, komm. Dafür ist kein richtig. Dafür ist es keine richtige Zeit zu sprechen. Ich wollte euch nur sagen, ihr Lieben, also es wird vielleicht, Spade am überlegt, aber es kann sein, dass es auch Spiel, Let's Bane. online also ist es noch was unser dauer nicht ich habe es angst ihr lieben also hier ist definitiv richtig dass wir hier weiterkommen genau richtig auf jeden fall sehr schön aber das monster war echt ein bisschen gruselig meiner meinung nach egal das hatten wir auch schon mal gehabt das war richtig genau sehr schön und das wochen war übrigens sehr wenig mit videos geteilt oder auch mit videos halt gemacht sagt daran dass ich halt so viel zu tun hatte also wirklich jetzt hier lieben ich hätte gar keine zeit egal was geht es hier weiter okay das ist das nächste gemälde alles klar was eigentlich immer fragen nach ohne dass sie da dunkel aus okay dass das ist nichts wichtiges drin aber wir gehen aber trotzdem rein und nehmen uns dieses genau diesen zettel nehmen einfach gleich ihr lieben und ja wir haben ihn genommen und jetzt geht es wieder raus aus der kammer hier auch richtig cool gemacht ich denke es um ich habe aber nicht alles gut okay es geht weiter lieben jetzt geht sie weiter lieben und ein scheiße aber hier ist auch nicht wichtiges drin oder doch also gar nicht brauchst du die scherben oder nicht doch oder ich weiß nicht braucht die scherben um diesen monster irgendwie schaden anzurichten ich weiß gar nicht oder wo ich es nicht teile dass das etwas bringt mir auch nicht okay dann nicht aber es egal ist alles gut was könnte ich denn jetzt mache ich weiß gar nicht ihr lieben was soll ich was soll ich jetzt machen also das gemälde das hat doch etwas zu sagen und ich bin echt ein bisschen verwirrt hier ich glaube hier doch oder geht weiter ich weiß auch gar nicht ja es kann aber auch hier weiter geht online ich habe sagen sie lieben aber war nicht noch war nicht noch war nicht noch letztens hier oder habe ich gerade glaube ich glaube gleich passiert etwas soll ich glaube ich hatte du dich ja nicht mit irgendeinen mit irgendeinem trick auf da oder passiert irgendwas gleich ich glaube wenn ich die schadet oder ich nehme dieses dings punkt dann wird etwas schlimmes passieren stimmt oder oder passiert nichts ich glaube ich glaube ich glaube ich bin monstern oder ich kenne es doch ich kenne so geschichten doch die schadthrohen sehen so verlocken aus und danach kommt bestimmt bald monstern dann schreibe ich das auch noch okay jetzt habe ich zwar ein schlüssel gefunden aber ich habe noch immer ein bisschen angst dass nämlich gleich ein monster noch erwischt aber ja das auch einer meiner liebigen stellen bis jetzt in diesem spiel hier das gefällt mir sehr gut hier gerade als dieses abschnitt dieser abschnitt hier vom spiel wird auf jeden fall einer meiner liebigen stellen sein vom spiel das ist jetzt einfach nur richtig krass ist hier sind gerade in so einem großen haus wohnung oder wir sind gerade in einer abgekommenen wohnung würde sagen genau von einer villa und das passt auch ganz gut so wo können wir weiterkommen ist der schlüssel vielleicht hierfür da für dieses bretten ja auch nicht okay ja dann da muss ich vielleicht noch mal gucken vielleicht auch hier hier vielleicht doch hier oder ja hier ist weiter ihr lieben aber der schluss ist dafür gar nicht da oder egal kommen ich halte gar lieben oh scheiße entschuldigung liebes kind ich wollte gar nicht wie tun oh nein oh nein ich habe bisschen angst und nein da schon dieses monster abgebildet oder wie viel davon Crawling wieder 안 wievendidad indeed ich habe Musik ich lebe ich habe Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, ich liebe das Spiel einfach nur so sehr. Es ist einfach ein perfektes Spiel. Und nein, jetzt kommt wieder dieses Monster, oder? Ich höre mein, ich höre mein Riberin gerade schon wieder. Nein, das Riberin am Controller. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Und warum ist da so ein großes Leuchten, ähm, Muster, oder? Ach, egal, komm. Ich hab ein bisschen Angst, ihr Lieben. Oh nein. Okay, der Rest, bis zum nächsten Mal. Ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's weiter, ihr Lieben. Bis zum nächsten Paarfall. Let's play am Morgenslieb. Ich liebe euch so sehr. Und ciao, ihr Lieben. Ich hab's dir, ich habe jetzt. Ich bin auf dem Video. Ich bin auf dem Video. Ich bin auf der Bühne. Ich bin auf dem Video.